Musik Albert Ludwig Grimm Der Rattenfänger von Hameln Gelesen von Jasmin Stab Es begab sich vor nun bald 600 Jahren, da war die kleine Stadt Hameln an der Weser von einem eigenen Missgeschick heimgesucht worden. Es hatte sich dort eine solche Menge Ratten und Mäuse eingenistet, dass man sich ihrer gar nicht mehr erwehren konnte. Keine, auch noch so gut verwahrte und verschlossene Vorratskammer war mir vor ihrem zahlreichen Besuch sicher. Sie liefen in Küchen und Kellern den Bewohnern unter den Füßen umher, benaschten und verunreinigten alle Vorräte. Kein Schmalztopf war sicher vor ihnen, in Schinken und anderes Rauchfleisch machten sie sich ganze Höhlen, und weder Brot noch Speisereste konnte sicher genug vor ihren Zähnen bewahrt werden. Sie achteten weder Schloss noch Riegel an den Küchenschränken. Wenn sie etwas Genießbares darin witterten, so nagten sie sich einen eigenen Eingang durch die geschlossene Tür. In Gesellschaft und wo sich ein paar Frauen auf der Straße begegneten, waren darum Mäuse und Ratten der einzige Gegenstand ihrer Gespräche. Immer erzählte man sich einander nur die erlittenen Verluste und Unfälle. Auf den Speichern saßen und liefen sie zu Hunderten um die Kornhaufen herum und zehrten an ihnen und verunreinigten sie. Man hatte wohl Katzen angeschafft, stellte Fallen aller Art, aber nichts half. Wenn man auch einige tötete, so waren gleich wieder andere für sie da. Das war eine rechte Sorge für die Hausmütter wie für die Hausväter. Die Vorgesetzten der Stadt, der Bürgermeister und die Stadtältesten hatten sich schon mehrmals zur Beratung versammelt. Wie man dem Übel abhelfen könne. Aber noch niemand hatte ein anwendbares Mittel dagegen gefunden. Einst saßen sie wieder in ihrer Sorge beisammen und hielten Rat. Da hörten sie, dass auf der Straße etwas Ungewöhnliches vorgehen müsse. Denn man vernahm ein rasches Zusammenlaufen der Leute und dazwischen das fröhliche Lachen und Geschrei der Jugend. Neugierig eilten die Versammelten an ihre Fenster. Da sahen sie einen Mann in wunderlich buntem Aufzug, begleitet von einem Heer Gassenbuben, aber auch von manchen sonst ganz ehrbaren Erwachsenen, die sich dem Zug angeschlossen hatten. Der Fremde hatte eine sehr lange, spitze, von rotem und blauem Zeug zusammengesetzte Kappe auf dem Kopf, an deren bis auf seine Schulter herabhängendem Zipfel ein kleines hellklingendes Klöckchen hing. Um den Hals trug er einen großen, weißen, weitabstehenden Kragen. Sein Kleid war aus lauter, handgroßen Lappen von den verschiedensten grell leuchtenden Farben zusammengesetzt. Seine Schuhe waren von hellgelbem Leder, und mit hoch hinaufgezogenen Schnabelspitzen versehen. Um die Fußknöchel an den Schultern und Ellenbogen, wie auch um die Handwurzel, trug er große Bandschleifen von lebhaften Farben und in der Hand eine Art Peitsche, die aber statt der geflochtenen Schnur mit gleichen Bändern verziert war. An der linken Seite hing ihm ein kurzes Schwert in hellblinkender Scheide. Von Zeit zu Zeit blieb er stehen und mit ihm der ganze Haufen seiner Begleiter. Dann zog er ein kleines, nur fingerlanges Pfeifchen aus der Tasche und pfiff darauf in sehr hohen Tönen eine ganz lustige Weise und sang hierauf ein Lied, in dem die höchsten schrillenden Töne mit dem tiefsten Bass wunderlich abwechselten. Die Worte des Liedes, das er sang, waren folgende. Ich bin der Pfeifer, bin der Sänger, der weltbekannte Rattenfänger, den diese altberühmte Stadt gewiss besonders nötig hat. Und während's Ratten noch so viele und Mäuse vollauf mit im Spiele, von allen säuber ich diesen Ort, sie müssen miteinander fort. Wenn man sich darauf verlassen könnte, sagte der Bürgermeister zu den Stadtältesten, Wenn er in Wahrheit die Stadt von der Ratten- und Mäuseplage befreien könnte, so wäre es schon der Mühe wert, sich mit ihm in Unterhandlung einzulassen. Ich ließe es mich gleich etwas Erschreckliches kosten, wenn er mir die Mäuse von meinem Fruchtspeicher entfernen könnte. Ich auch, ich auch, fielen die Stadtältesten ein. Bald kamen sie in den Beschluss überein, den Mann heraufzurufen, um zu erfahren, was er für sein Kunststück verlange. Während man nach ihm schickte und ihn erwartete, bemerkte ein Stadtältester, Wenn er den Preis für die einzelnen Häuser zu hoch stellt, so tut er es vielleicht billiger, wenn wir ihn beauftragen, die Mäuse und Ratten der ganzen Stadt zu beseitigen. Das versteht sich, antwortete der Bürgermeister. Die ganze Stadt muss er säubern. Einzelne Häuser würden bald von den Nachbars-Häusern aus wieder mit dem Gesindel bevölkert werden. Ein anderer Stadtältester meinte, dann könne man die Zahlung ja auf die Stadtkasse übernehmen. Das versteht sich, es ist ja eine Stadtangelegenheit, antwortete er. Der weltbekannte Rattenfänger kam, und der Bürgermeister befragte ihn über seine Kunst und ob er sicher versprechen könne, dass er die ganze Stadt von dem Ungeziefer reinige. Jawohl, jawohl, ohne Zweifel, versicherte er. Auf die weitere Frage, ob er auch Sicherheit dafür leisten wolle, antwortete er wieder mit einem bereitwilligen, jawohl. Welche Sicherheit könnt ihr uns denn geben? fragte ein Stadtältester. Ich gebe euch ja mein Wort darauf, ich, der weitgereiste, weltbekannte Rattenfänger, antwortete er, indem er sich mit Stolz auf die Brust klopfte. Was wollt ihr mehr? Das versteht sich, entgegnete der Bürgermeister. Ihr gebt euer Wort, macht euer Hokuspokus, nehmt euren Lohn und geht, Gott weiß wohin. Wenn ihr dann fort seid, kommen die Mäuse und Ratten wieder. Wie könnten wir es vor den Bürgern verantworten, wenn wir so das Geld aus der Stadtkasse gleichsam hinausgeworfen hätten? Indem er so sprach und mit dem Fremden in Unterhandlung stand, schickte seine Frau und ließ ihm sagen, er möchte doch um Gottes Willen mit dem Fremden Rattenfänger einen Vertrag abschließen, um doch einmal die Ratten und Mäuse loszuwerden. Sie habe ihm zum Mittag eine Rahmtorte backen wollen, da habe sie ja gar in dem großen Rahmtopf eine Ratte gefunden, die darin ertrunken sei. Den Rahm könne man natürlich nicht mehr brauchen und er müsse sich jetzt mit einem Zwiebelkuchen begnügen. Schlimm, schlimm, versetzte der Bürgermeister auf diese Botschaft. Ja, das versteht sich, die Ratten müssen fort, zur Stadt hinaus, um jeden Preis. Schade um die Rahmtorte. Da der Rattenfänger fest behauptete, er werde und könne keine bessere Bürgschaft leisten als sein Wort, so flüsterte der Bürgermeister seinem Nachbar von den Stadtältesten zu. Gib jetzt Achtung, ich kriege ihn doch daran, dass wir wieder seinen Willen Bürgschaft haben. Dann wendete er sich zu dem Fremden und sagte, Nun, ich nehme denn euer Wort als Bürgschaft an. Doch eine Bedingung müsst ihr euch gefallen lassen. Unsere Stadtkasse ist eben jetzt ziemlich ausgeleert. Darum bezahlen wir euch jetzt nur die Hälfte eurer Forderung. Die andere Hälfte könnt ihr dann im nächsten Jahr bei uns erheben. So können wir uns immer an die zweite Hälfte halten. Denn damit haben wir ihn ja in der Hand, flüsterte er seinem Nachbar zu. Der Rattenfänger lächelte aber über die Bedingung sehr verschmitzt und erklärte, er wolle ihm denn den Willen tun und ihm die zweite Hälfte als Unterpfand zurücklassen. Sie sollten ihm also jetzt hundert Thaler geben. Die anderen hundert wollte er nach Jahresfrist abholen. Der Vertrag wurde abgeschlossen und niedergeschrieben. Der Rattenfänger entfernte sich mit dem Versprechen, morgen früh sogleich das Geschäft zu besorgen. In der Früh des anderen Morgens war in allen Häusern schon alles munter. Jedermann war begierig zu sehen, wie der Wundermann die Ratten und Mäuse wegschaffen werde. Einige meinten, er werde sie in den Häusern durch irgendeine Lockpfeife in einen Sack sammeln. Der Arzt, der zugleich in jener Zeit Apotheker war, behauptete, er werde sie durch ein Gift vertilgen. Andere vermuteten, er besitze vielleicht ganz besonders gute Fallen, durch welche er sie wegfange. Noch andere dachten, er habe wohl einige besonders auf den Rattenfang gut abgerichtete Hunde. Über die Dauer der für sein Geschäft nötigen Zeit hatte er ja gar nichts gesagt und auch nichts versprochen. Vielleicht brauchte er ein Vierteljahr dazu. Dann konnte er mit solchen Mitteln wohl sein Versprechen erfüllen. Aber dann schien es vielen auch nicht so viel Geld wert. Doch der wunderbare Mann brauchte weder Lockpfeife noch Gift, weder Fallen noch abgerichtete Hunde. Auch bedurfte er kein Vierteljahr für sein Geschäft. Die ehrlichen Einwohner von Hameln hörten, sobald die Glocke sieben schlug, einen hellen Pfeifenton erschallen. Damit durchzog der Rattenfänger die Stadt, und wo er so pfeifend an einem Haus vorbeikam, da stürzten eilig aus den Haustüren, von den Dächern, aus den Dachfenstern und durch die Dachrinnen, aus allen Fenstern, kurz aus jeder Öffnung ganze Heeren von Ratten und Mäusen heraus, und folgten in immer dichterem Zuge hinter dem Pfeifer her. So zog er durch alle Gassen des Städtchens. Ging ihnen voran, endlich zum Tor hinaus, das Gewimmel der kleinen Tiere im Zuge, so breit als die Straße, in eiliger Hast hinter ihm her. Mit Staunen sahen die Bewohner der Stadt dem merkwürdigen Schauspiel zu. Die Kinder, die neugierig und jubelnd nachgelaufen waren, erzählten bei ihrer Rückkehr, er sei bis an das Ufer der Weser gegangen. Dort habe er einen kleinen Leib Brot in die Höhe gehalten und den Ratten und Mäusen gezeigt, und ihn dann weit hinaus in die Wellen des Flusses geworfen. Das ganze Heer sei darauf in das Wasser gesprungen, um nach dem Brot hin zu schwimmen. Sie seien aber alle ersoffen und von den Wellen verschlungen worden, dass keine Spur mehr von ihnen zu sehen wäre. Während sie den Tieren nachgesehen, hätten sie auf den Wundermann nicht Acht gehabt, und als sie sich nachher nach ihm umgesehen, sei er verschwunden gewesen. Die Stadtältesten waren durch das Pfeifen und das Gejubel der Kinder auch auf die Straße hinausgelockt worden und nach dem Marktplatz gegangen. Dort standen sie im Gespräch mit dem Bürgermeister, der durch sein Fenster heraussah. Einer sagte zu ihm, »Hört, Bürgermeister, der hat die 200 Thaler schnell verdient gehabt, und er hatte dabei ja nicht einmal eine Auslage zu machen für das ganze Geschäft. Er hätte es viel wohlfeiler tun können.« »Das versteht sich«, sagte der Bürgermeister. »Es ist zu viel. Wir müssen noch etwas davon herunterhandeln.« »Wenn er es tut«, wendete der Älteste ein. »Er muss es tun, das versteht sich«, rief dieser dagegen. »Wir haben ihn ja immer in der Hand mit der einen Hälfte.« »Ja«, versetzte lachend der andere. »Meine Frau hat mich darüber aufgeklärt. Die meint, es sei ein dummer Streich, dass man die Bedingung wegen der zweiten Hälfte gemacht habe, ehe er noch eine Forderung nannte. Die habe er dann so hochgestellt, dass er mit der ersten Hälfte hinlänglich bezahlt und ganz zufrieden sein könne. Und er werde künftig gar nicht danach fragen. Ich meine, dass meine Alte recht hat und dass es wirklich ein dummer Streich war.« »Das versteht sich«, rief der Bürgermeister wieder im Eifer aus. »Da haben wir freilich einen Fehler gemacht. Aber wartet nur, ich bringe das Versehen wieder ein.« »Der Bursche mit seinen bunten Lappen und Bändern soll sehen, mit wem er es zu tun hat. »Lasst mich nur machen.« »Gar nichts«, kriegt er, »das versteht sich.« Der Wundermann kam am anderen Morgen, um die bedungene Hälfte mit hundert Talern in Empfang zu nehmen. Der Bürgermeister nannte den Vorwand, dies sei eine Sache, bei der die Stadtältesten mitwirken müssten. Die Anweisung zu einer so bedeutenden Zahlung müsse von ihnen allein ausgestellt werden. Als darauf alle versammelt waren, richtete er die Frage an sie. »Was meint ihr, meine Herren? Hat der Mann sein Versprechen gehörig erfüllt? Sind alle Ratten und Mäuse aus euren Häusern verschwunden?« »Was kann man sagen?« antwortete ein Stadtältester. »Es scheint wohl so. Aber wer bürgt uns dafür, dass sie nicht heute oder morgen wiederkommen?« Da versetzte der Wundermann. »Wäret ihr nur mit mir hinausgegangen, so hättet ihr sehen können, dass ich sie alle in die Wellen des Flusses geschickt habe, wo sie gewiss umgekommen sind.« »Diese kommen gewiss nicht wieder.« »Gibt mir mein Geld, und damit ist die Sache abgemacht.« »Das versteht sich«, antwortete der Bürgermeister. »Aber doch nicht so ganz. Die Sache hat noch einen Haken. Ihr habt kein Gift, keine Falle oder sonst ein natürliches Mittel gegen die Tiere angewendet, wodurch sonst Christenmenschen solch Geschmeiß vertilgen. Ihr habt ihnen nur gepfiffen. Dafür gebe ich euch keinen Pfifferling. Dann ist es überhaupt nicht mit rechten Dingen zugegangen. Es war gleichsam nur eine Art Zauberei, womit ihr die armen Tiere verblendet habt. Aber alle Zauberei ist vor Gott ein Gräuel. »Die dürfen wir als gute Christen nicht noch bezahlen oder belohnen.« »Ihr meint also, ich sollte für die große Wohltat, die ich eurer Stadt erwiesen habe, gar nichts bekommen?«, fragte der Rattenfänger. »Das versteht sich. Richtig, richtig. Ihr habt das rechte Wort gesprochen.«, antwortete der Bürgermeister, und die Ältesten stimmten mit ein. »Sollen wir euch gar solche Teufelskünste noch bezahlen? Für eure schwarze Kunst hat unsere Stadtkasse kein Geld.« »Ist das euer Ernst? Euer letztes Wort?«, fragte der Fremde. Und der Bürgermeister antwortete. »Das versteht sich. Unser letztes Wort.« »Nun, dann versteht sich's auch, dass ich mich auf andere Art entschädige,« fuhr der Rattenfänger mit inkrimmiger Miene heraus. »Morgen ist Sonntag. Wenn ihr aus der Kirche kommt, so werdet ihr an mich denken.« Damit verließ er die Versammlung. Sie berieten sich noch kurz, was er wohl mit seiner Drohung gemeint haben könne. Doch beachtete man sie nicht sehr in der Freude, dass man ganz ohne Zahlung nun doch die große Plage losgeworden sei. Als es am anderen Morgen zum Gottesdienst läutete, gingen die Männer und Frauen, junge Burschen und erwachsene Mädchen zur Kirche. Zur Vorsicht ließ man die Kinder zu Hause, damit sie die Haustüren verschlossen halten und auf die Herdfeuer achten sollten. Sobald der laute Gesang in der Kirche erscholl, kam auch der Rattenfänger durch die Straßen daher und pfiff auf seiner kleinen Pfeife und sang wieder hier und da ein Vers. Der lautete heute. »Es ist der schlecht belohnte Sänger, mitunter auch ein Kinderfänger, der selbst die Wildesten bezwingt, wenn er mit seinem Pfeifchen singt. Und wären Knaben noch so tutzig und wären Mädchen noch so stutzig, ins Pfeifchen bläst er frisch hinein, sie laufen alle hinterdrein.« Bald öffnete hier ein Knabe, dort ein Mädchen, die Haustür und schlüpfte heraus und lief dem lustigen Pfeifer nach. Und wo er durch eine Gasse zog, kamen überall die fröhlichen Kinder heraus und schlossen sich dem Zug an. Als er aber umschaute und den großen Haufen übersah, der ihm schon folgte, da ging er zum Tor hinaus und ihm folgten mit lautem fröhlichen Jubel und Geschrei die Kinder nach. Und er kam mit ihnen bis an den Hügel, den man den Koppenberg nannte. Und wo er sich mit einer steilen Abdachung von der Ebene erhebt, öffnete er sich mit einem Mal zu einem weiten Eingang, durch den der Wundermann mit den Kindern verschwand. Ein 15-jähriges Kindermädchen, das zur Wartung eines kleinen Kindes zu Hause gelassen worden, war auch aus Neugier dem lustigen Pfeifer gefolgt, hatte aber doch nicht gewagt, mit dem unruhigen, schreienden Kind weiter mitzugehen, sondern war am Tor stehen geblieben und hatte zugesehen, wie sich der ganze Zug dort in dem geöffneten Berg verlor. Als aber nun die Gemeinde nach beendigtem Gottesdienst aus der Kirche nach Hause kam und so viele ihre Haustüren offenstehend fanden und die Kinder auf ihren Ruf nicht hörten und herbeikamen, da liefen Mütter und Väter und Brüder und Schwestern mit ängstlichem Rufen suchend durch die Stadt, durch alle Straßen und an alle Plätze. Aber alles Suchen war vergeblich. Das Kindermädchen erzählte, was geschehen war. Es musste die Suchenden hinausführen und ihnen die Stelle zeigen, wo sie in dem Berg verschwunden waren. Aber die Anhöhe des Kuppenberges war ganz dieselbe, wie sie immer gewesen. Da war keine Spur von einer Tür oder einem Eingang zu einer Höhle zu entdecken. Großer Jammer herrschte in den meisten Häusern der Stadt. Als man die Verschwundenen zusammenzählte, fehlten an Knaben und Mädchen einhundertunddreißig. Wie man kurz vorher den Bürgermeister und die Stadtältesten gepriesen hatte, so hörte man jetzt nur Flüche und Verwünschungen über ihren Leichtsinn, dass sie einem so wunderlichen und hergelaufenen Mann vertraut und dadurch so großes Unglück über die Stadt gebracht hätten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017